Ich muss sie noch versiegeln. Wenn das AST sie ortet, könnten sie Alarm schlagen. Und dann haben wir noch ein Problem mehr. Hey, was ist denn los, Shido? Ach, nur keine Sorge. Hast du kurz einen Moment Zeit? Shido, sag mal, was machst du denn da? Äh, na ja. Ähm, ah, okay. Also du, du willst es gleich hier machen? Na gut, uns bleibt wohl nichts anderes übrig. Ähm, ja. Je schneller, desto besser. Tut mir leid. Shido. 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 Shido.